Wir sind vor drei Jahren mal vorgekommen, dass vom OSP auch die Sachen ausgenommen haben und dann hat es um den Kotz zu werden. Da waren natürlich 10,5 Meter, da waren wir geschnuppt. Deswegen hätte ich es gerne im Prinzip von Schacht auszudachen. Da haben wir natürlich ein separat anscheinend. Wenn man das hochrechnet, sei man vielleicht so ein bisschen schneller. Mal schauen. Auch geht es mir durch und gegen die Wandel gehauen. Genau so geht es, Monika Weicker, der Konkurrenz und der Kutzengst mit der 98 und der 381, Daniel Schickel und Daniel Leyen, der Schauschler dahinter, zu wiederer Schreck. Daniel Schickel, Daniel Leyen, zu wiederer Schreck, da sind die Ersten, die hier vorne sind. Jetzt kommt der Erfurter, der Jugendliche, der U18, zu wiederer Schreck. Am Kopfgenmerz und Erfurter ist der Unterweger als Schürer und er gewinnt dieses Rennen mit einem schönen Schlusspunkt 1.25, 85. Herr Kollege, Herr Reul, das ist überrascht. Wir nehmen nach los. Wir kommen endlich für den Sieger Europas, dieser freifelige Jugendliche mit dem U18. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020